Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg, Regionalliga Südwest 2019-2020, dritter Spieltag, SV Elversberg gegen SC Freiburg 2, Ergebnis 0 zu 0. Startelf von SV Elversberg, Lehmann, Köhler, Ralfeld, Oskennand, Baumgartel, Drakonfeil, Surio, Fernandes, Brötitz, Drekirik, Kösweiner, Startelf von SC Freiburg 2, Zibinden, Blauer, Bocho, Bussam, Hermann, Braun, Schömeicher, Rodigling, Fug, Fabugafa, Schade, Ruckart, Das war's von SV Elversberg gegen SC Freiburg 2, Uhrzeit 23.53 Uhr, Das war's von Stich.